Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu meinem bald am längsten laufenden LP Let's Play Medieval 2 Total War Und liebe Freunde, ich hatte ja das letzte Mal ein Problem damit, dass ich die Leute nicht gehört habe Und ich dachte eigentlich, es lege daran, dass ich irgendwas bei den Soundeinstellungen falsch eingestellt hatte Hatte ich aber gar nicht, meine Kopfhörer sind nur irgendwie kaputt, sodass ich alles höre Außer halt Stimmen Also, keine Ahnung, was da wirklich ganz genau los ist, aber ist ja auch nicht weiter schlimm Wenn ich hier nicht höre, wie mir die Soldaten immer fröhlich zurufen, ihr im Video hört ja Also, Hauptmann Rainer gefällt mir gar nicht, aber naja Warum sind die Leute hier so unglücklich? Aufruhr, allgemein Aufruhr, ganz toll Ganz, ganz toll Ah Ah Ah, also an mangelnden Soldaten kann es eigentlich nicht liegen Ah, ich würde sagen, wir haben wenig andere Wahl als Die Runde hier zu beenden Vielleicht könnte man nochmal gucken, ob auch überall rekrutiert wird Venedig wird rekrutiert In Genua stehen noch Leute zur Fortbildung bereit Weil wir müssten dann ja auch langsam mal uns daran machen, den Papst ein bisschen unter Druck zu setzen Während wir treu, doof wie wir sind, darauf vertrauen, dass George es hier schafft Mit seiner heldenhaften Armee weiterhin heldenhaft Norditalien zu verteidigen Mal gucken, ob die Franzosen jetzt ihre neu gewonnene Freiheit auch nutzen Wir hatten denen ja das Recht gegeben, sich frei zu bewegen Sozusagen auch in unseren Ländereien Ich bin mir nämlich mittlerweile ziemlich sicher, dass die beiden Ähm Äh, dass die Franzosen uns nicht angreifen wollen Hätten sie das gewollt und wären sie unzufrieden mit dieser Protektoratsituation Hätten sie das wahrscheinlich schon längst gemacht Ah, ich sehe schon, die Spanier Wir freuen sich auf einen kleinen Ausflug nach Saragossa Und liebe Freunde, weil das hier ja übrigens die 50. Episode ist Machen wir ein kleines Special Und zwar eine 45 Minuten lange Folge Circa Und, äh, ja Mal gucken, was wir da drin so erreichen können Die Ägypter, die Dänen Alle sind so nacheinander am Zug Huch Juckt jetzt gerade an meinem Kopf Was ist denn hier los? Gut, dachte, da wäre vielleicht irgendwie ein Vieh oder so So, die Dänen sind hier fröhlich am sich ausbreiten Aber mal im Ernst, wenn nicht die Dänen, wer dann? Unsere treuen Verbündeten Hoffen wir, dass das so bleibt Ach, jetzt fällt mir gerade wieder ein, was ich mit dieser Armee, die da gerade eben in Frankreich stand, vorhatte Stimmt ja, die wollten wir ja Los schicken, um die Armee von George da zu ersetzen Damit, äh, George da wieder ein etwas leichteres Spiel hat und mit der anderen Armee wollten wir dann Den Papst einheizen Ach, da sehen wir mal Macht doch wieder alles Sinn Interessant, dass der Papst mit seinen Attentätern noch nicht so richtig ausgerastet ist Normalerweise macht er das ja immer Da kommen ja die Inquisitoren und zerrobben hier alles Ohne Nulpe brauchen wir nicht Ein Meisterschwert gilt in Bordeaux Das ist natürlich sehr gut Ach ja, Mensch In Venedig, diese Rabauken Diese kleinen Rabauken Mann, 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 Mann Die sollten wir hier langsam mal auf eine höhere Zufriedenheit kriegen Das sieht Barnaby von Bork Castle wahrscheinlich genauso Man, Mann, Mann, Mann Ist echt nicht, äh, easy hier Und ich hoffe, dass die hier bald mal angreifen Wir wünschen euch den Tod Die haben ja schon genug Belagerungswaffen, um, äh, Dreistädter abzureißen, also Keine Ahnung, was genau deren Ziel da ist Oh, Fruchtbarkeit, das ist doch schön So, Mailand hat wenigstens mittlerweile wieder eine einigermaßen ordentliche Zufriedenheit Hier wird natürlich auch fleißig wieder Wiederhergestellt Und was macht der denn da? Ich werde euch ehrenhaft besiegen, edler Feind Agostino, der Ehrliche, hat sich hier einfach eingeschlichen Na gut, er kann jetzt keiner Stadt hier wirklich was anhaben Und falls er irgendwas Böses vorhat Da kommt er da jetzt auch bald ordentlich Stress, denn Hauptmann Stetten ist auf dem Weg hierher Ist nichts richtiges passiert, hier nur der blöde Aufstand Die Papststaaten in Byzant sind im Krieg Die Papststaaten und die Mailänder haben ihre Bündnis gebrochen Sehr angenehm Polen und Venedig im Waffenstillstand Das ist schade, es wäre schön gewesen, wenn die da noch weiter unter Druck gesetzt worden wären In Allenborough ist Zeit für die obligatorischen Kanonentürme Hier geht die Zufriedenheit langsam weniger, aber wir bauen einfach mal einen Jahrmarkt Ein bisschen Handel kann ja nicht schaden, nicht? Und in Bordeaux wird weiter mächtig, mächtig aufgerüstet Hier eine Rüstungsfertigung wird noch gebaut Da geht da bald auch nur noch ganz, ganz wenig bei unseren Feinden Admiral Perkin ist wieder fit Kann sich hier mit dem guten Diago mal anlegen Ja, den hat er auch umgesäbelt Ein bisschen fortbilden Glaubt nicht wirklich, dass wir hier noch so viel nachbauen müssen Hauptmann Donzalo ist eine Pupsarmee Saragossa kann man hier vielleicht nochmal an So, sicher ist sicher Natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr Zwangssperrträger Die sind immer ganz gut zur Verteidigung von Burgen Die sind nicht allzu teuer Und sind ganz anständige Einheiten So, und Leon, die Hauptstadt von Spanien Wird jetzt belagert Und nächste Runde können wir da auch direkt automatisch angreifen Denn dort ist nur der König zu Haus So, nächste Runde, liebe Freunde Büschen Verlust gemacht, aber damit kommt man schon klar Oh, oh Ah, ich dachte gerade, er würde probieren uns anzugreifen Das wäre jetzt auch eher lustig gewesen Und ich würde sagen, die Spanier neigen sich so langsam ihrem Ende zu Die sollten mal dringend die diplomatische Verhandlung mit uns suchen So, hier ist Hauptmann Michael Viele Ramböcke Ein Belagerungsturm Ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer, was er mit diesen ganzen Ramböcken vorhat Also, das ist ja schon mächtig Da scheint er einiges vorzuhaben Aber was, liebe Freunde Was ist halt die große Frage Mensch, und 50 Folgen Medieval Das ist ja auch echt schon eine ganze Menge Da wird sogar bald Assassin's Creed überholt haben Und wird wahrscheinlich noch weitergehen Ich bin mittlerweile ziemlich sicher, dass ich das bis zur Weltherrschaft spiele Bevor ich das dann durch ein anderes Total War Projekt ersetze So, Mann, Mann, Mann Ganz schön mächtig, was wir hier haben Okay Die scheinen tatsächlich nur frontal anzugreifen Halte ich für ein bisschen dämlich mit Ramböcken Aber ist ja deren Entscheidung nicht Okay Bogenschützen Eine Einheit Bogenschützen macht sich immer sehr gut da oben Ja, komm Ah, Mist Ah, die sind noch zu fit, um nach da oben zu gehen Da ist nicht genug Platz für die So, wenn wir hier einfach so eine Sperrmiliz hinstellen Dann sollten die eigentlich alles, was über den Belagerungsturm kommt Aufhalten können Hier noch ein bisschen mehr Bogenschützen-Miliz Was haben wir hier hinten Stadtmiliz? Ja, ne, ich glaube nicht, dass wir die da wirklich brauchen Ebenso wie die Sperrmiliz hier So, einfach erstmal gucken, was haben wir denn jetzt an Truppen für die Mauern Da habe ich auch noch eine Bogenschützen-Miliz mal schauen Vielleicht können wir auch das ein oder andere Belagerungswerkzeug zerstören Auch hier noch eine Bogenschützen-Miliz, bevor sie überhaupt angreifen können So, dann haben wir jetzt also die da Und Die hier Ey So Alle als Truppen an den Mauern Und mit den restlichen Können wir dann die City sichern Also das wird auf jeden Fall Mächtig Spaß machen Also dann Ja gut, das müssen wir glaube ich alles eher machen, wenn Die Schlacht hier schon angefangen hat Aber alle in die Mitte holen Ist glaube ich auf jeden Fall schon mal Ein guter Start So, Schlacht starten Okay Ihr zwei geht nach hier hinten Ihr zwei bildet hier eine Linie Na Die zwei bildet hier Hier Eine Linie Ein Zwei bildet da eine Linie Ihr stellt euch hier hin Ja, hippen Milizen Die sind ähm Recht stark im Angriff Deswegen schaue ich mal, ob ich die dann vielleicht Praktisch geschlossen reinrennen lassen kann Ja, und da rennt auch schon der Belagerungsturm Das könnt ihr schon mal komplett vergessen Kann ich hier die Spermelids schon mal dahin stellen So, sehr schön Also die Gegner müssen hier auf jeden Fall schon den ein oder anderen Verlust hinnehmen So, jetzt müssen wir die hier aber auch mal ein bisschen Ein bisschen entzerren das Ganze Ja, schon ein bisschen Ein bisschen voll hier, ne So Also jetzt ist vielleicht unsere Rechte Seite ein bisschen overpowered, aber Eine Seite zu haben, die overpowered ist, schadet eigentlich nie Unser Tor hat bisher null Schaden Haben wir noch genug Zeit, die da auch rüber zu schicken Aber auch noch die linke Seite ein bisschen verstärkt So Die wird schon fröhlich Attackiert Komm, wechsel doch mal auf Brandpfeile Huch, den wollte ich doch ausgliedern So Na Sieht mir nicht besonders nach Brandpfeilen aus Okay Okay Jetzt sind Brandpfeile sowieso eher eine schlechte Idee Na toll So Jetzt Beginnt praktisch die eigentliche Schlacht Die haben wir schon mal angefangen, sie zuzumachen Hier nochmal die ersten Truppen von hinten reinschicken Und die hier Als Verstärkung bereithalten Feindlicher General getötet Das wird den Feigenhund leer Unsere Männer gewinnen die Schlacht Das sieht mir doch sehr gut aus Das sieht mir doch so aus, als Würden es hier die meisten Gegner bereits mit der Angst zu tun bekommen Mann, Mann, Mann Das ist ja echt ein Chaos, was hier ausbricht Ist aber vielleicht ganz gut Mal gucken, ob wir sie vielleicht Richtig unter Druck setzen können Indem wir hier jetzt Einfach den Leuten befehlen, aus der Stadt zu stürmen Ja Das löst dann auch Panik bei den restlichen Truppen aus Wir fliehen hier immer mehr Sehr erfolgreiche Verteidigungsschlacht, die wir hier führen Den Feind hat es schwer erwischt Er hat die Hälfte seiner Männer verloren Uh, jetzt wird es hier dick am laggen Auch vier abgesessene Feudalritter Interessant, dass die noch nicht fliehen Ja, jetzt fliehen sie auch So Das schöne ist ja auch Die werden hier praktisch schon im Anlauf unter Beschuss genommen Das bringt immer große, große Vorteile Gar keine Frage Sieht man auch daran, dass sie hier praktisch Sobald sie dann in Kontakt mit unseren Truppen kommen Oder auch nur fast Von Beginn zu fliehen Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben Ist der Sieg unser Ja, die paar Wesertruppen sind wenigstens noch am Schießen Also immerhin Ein bisschen was läuft bei den Feinden noch Dann können wir eigentlich zurückziehen, würde ich sagen Mal ein bisschen auf die Armbrustschützen schießen Lass die mal sehen, wie das ist Ja, die Schlacht können sie vergessen Also wir haben nur vier Prozent unserer Leute verloren Die Gegner haben schon drei Viertel Allein jetzt Und das geht ja immer noch weiter mit dem wir kämpfen Hier die Bälle niederprasseln auf unsere Gegner Das ist schon heftig Schön ist ja auch, die Türme sind hier am Ballern Die Türme sind, glaube ich, auch immer One-Hitter Die Türme, ja Oder? Ne, ich glaube, der eine hat gerade Ach ne, das waren normale Pfeile, die er da abbekommen hat Ne, die Türme sind tatsächlich One-Hitter Ja, können wir einfach sagen Schneller Da werden die schon alle abgeballert Mann, geil, ich bin schlicht Die genauigkeit, die wir haben Okay, perfekt Dann besiegen wir jetzt die restlichen Einheiten Dann machen wir der ganzen Sache hier ein Ende Womit wir dann auch diese Belagerung Bolognas beendet hätten So, die Truppen sammeln sich So, die zwei gehen nach links Die zwei gehen nach rechts Die hier gehen möglichst weit nach hinten Und die zwei attackieren frontal Oh, ja Hauen sie schon ab Auf jeden Fall gut Werden sie hier noch vom Schlachtfeld gejagt Jetzt müssen wir aber doch eigentlich die Schlacht verloren Gewonnen haben Ja 82 Männer nur verloren Die Gegner 852 Mit 200 Mann können sie auch keinen Blumentopf gewinnen Insofern können wir uns, glaube ich, getrost von denen verabschieden War ja nur fair das Angebot Lösegeld finde ich persönlich eigentlich immer ganz nett Ach, wir haben da ja in Mailand diesen Mordauftrag bekommen So Und nächste Runde holen wir uns dann die spanische Hauptstadt Hallo Weiß gar nicht, was da letztes halt los ist Manchmal brauchen manche Bewegungen bei den Runden total ewig Weiß auch nicht, was das ist Und die Dänen, die sind immer so mobil Unglaublich Ungarn-Papst-Staaten Durch die schrecklichen Mongolen Ich hoffe ja wirklich, dass die Mongolen noch aufgehalten werden Wohin geht es? So, Mensch, unsere Erkundungstour ist fertig Das gehört also den Russen Hier ist eine relativ große russische Armee Hier ist Novgorod, die russische Hauptstadt Mann, 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 jetzt kennen wir uns hier an der Küste auch ein bisschen aus Ungolen sind jetzt die reichste Seite Priester Priester aus Jerusalem ist tot Richard de Verre Oh, schöner Name Prinz Christopher A.K.A. Christopher Sandy Chillt hier in Pamplona Seinen gemütlichen Ruhestand in Nordspanien Das machen wir eben mal kurz automatisch Leon wird besetzt Ich finde die Spanier uncool Ich an ihrer Stelle würde mich ja freuen, dass ich besetzt werde Anstatt, ich weiß nicht, hingerichtet Aber naja Meistens ist es ja auch so Ein paar Milizeinheiten Und dann ist das da schon deutlich glücklicher alles Und dann kann es ja auch bald weitergehen Ach Mensch, Spanien ist wieder versöhnt Dänemark und Russland haben wieder Frieden Ei, 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 ei So, hier wurde ordentlich rekrutiert In York ist ein Schiffbauer fertig Ja, da wird schon an den Stadtmauern gefeilt In Venice Die brauchen ein bisschen mehr Zufriedenheit Woran hapert es denn? Vor allem Exkommunikation Ja, dann bauen wir einfach mal eine Ratskammer Damit kann man den allgemeinen Aufruhr ein bisschen dämmen Hier sieht alles super aus Hier können wir mal einen Jahrmarkt bauen Ja, sieht auch ganz gut aus Bewässerung Rem Rem, 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 Rem Machen wir einfach auch mal eine Bewässerung Es gibt dann ja mehr Geld durch Getreide, glaube ich Das ist ja an sich ganz schön Auch ein ehrlicher Handel Äh, so Saragossa Zufriedenheit auch so im Mittel Das liegt unter anderem an den Verhältnissen der Religion Da können wir ja mal eine Abtei dann bauen In Venedig Mann, Mann, Mann Das Sorgenkind Venedig Ist die Zufriedenheit immer noch zu niedrig Was bau man da? Also es liegt auch an der Religion Wie viel davon ist denn Aufruhr? 65 verdammte Prozent Herberge braucht fünf Runden Bürgermeisterpalast auch Bauer, Bürgermeisterpalast So, mal schauen Ob sich Venedig dann wieder beruhigt In Genua rockt es ja auch ziemlich Gerade finanziell eine tolle Stadt Da können wir erstmal die Verteidigungstürme bauen Falls hier die Mailänder wieder auf fixe Ideen kommen Wo ist denn unsere Wenn ihr einen Kampf wollt Kommt da einfach leer Hauptmann Steffen Hat der uns etwa übers Ohr gehauen? Da bin ich ja schon extrem sauer Ich glaub's nicht Hauptmann Steffen Hat uns hängen lassen So ein Schiedkram Den hatten wir uns ja auch schon So ein bisschen Verlassen Verrückte Idee Ich weiß Nein Was machen wir denn da? Na gut Vielleicht kümmern sich die Franzosen ja drum Aber vielleicht auch nicht Da wird ja einfach eiskalt untreu Welche Ehre mein Herr Oh Gott Die ist ja furchtbar Attraktiv Wichtig Tourisch Aber unsicher Genau Genau Ah Mann 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 Das macht mich jetzt echt sauer Ja Ja Kinder Das ist ja jetzt mein Plan Für Für Diese Ganze Norditalien Situation Sag doch mal Was sollen wir da machen? Ich bin Gottesdiener Das ist mir zu russkant eigentlich Gott ist nur der Ehrliche Töten Ja das ist an sich nicht stark Was er da hat Der abgelessene Lanzenreiter tross ist stark aber das war's Machen wir mal automatisch Was zum So ein Scheiß Deswegen macht man Schlachten glaube ich eigentlich nie automatisch So ein Dreck So ein Dreck Einfach nur Glück gehabt hat der Sack Ah Das nächste Mal kämpfe ich wieder selbst Ich sag's euch So ein Idiot So eine verdammte Knalltüte Mein König Ja Natürlich Aber über manche Leute kann man sich nicht genug aufregen Und der gehört eindeutig dazu Mein König Ja Scheiß auf die Papststaaten Sie haben uns exkommuniziert Wir umzingeln und belagern die Siegung Belagern sie weiter mein König Sehen sie mal wie das ist verraten zu werden Und ich denke mal da sind sie dann vielleicht sogar relativ schnell auf Versöhnung aus Wenn sie wissen was gut für sie ist Ach Gott wie mich das ärgert Das Geld wird ja immer weniger Was machen wir denn da? Woran liegt's denn? Achso ja vor allem an Bau Das ist ja nicht so schlimm Das variiert ja jede Runde Ich muss sagen ich würde mir von den Franzosen schon wünschen Dass sie ein bisschen stärker in dies Kampfgeschehen eingreifen Als sie das aktuell tun Von den Mailändern würde ich mir mehr wünschen, dass sie sich mit den Venezianern schlagen Was macht der Maure da? Wahrscheinlich ein Bestechungsversuch gewesen Die sind ja meistens zum Glück nicht erfolgreich Es sei denn man ist so ein idiotischer Hauptmannsdecken Der irgendwie meint Der müsste mit seinen Männern dringend abhauen Was macht die dänische Prinzessin da? Auch ein Bestechungs- oder Heirats- und damit Generalsklauversuch Dänischer Kaufmann Der Hafen blockiert Das ist auch unschön Das tut jetzt nicht so arg weh Aber es ist natürlich schon so, dass man Extrem viel Geld machen kann damit Mit Genua Wenn da am Hafen Alles richtig läuft Und in Bologna ist die Zufriedenheit runtergegangen Warum das denn jetzt schon wieder? Da ist doch alles gut Ich verstehe es nicht, liebe Freunde Ich verstehe es nicht Kaufmannsgildenkommandantur Die Kaufmannsgildenkommandantur hat sich einer Sache verschrieben Die nichts mit den typischen Selbstbedienungsmentalität der Kaufleute gemein hat Der Wohltätigkeit Zunächst konnten sich die einheimischen Kaufleute Nicht so recht mit der Gilde anfreunden Doch nachdem sie erkannt hatten Dass sie dann Dass sie da auch dann zur Stelle ist Wenn ungemacht droht Nahen sie das Gildensystem bereitwillig an Letztendlich bewegt dieses Hilfsnetzwerk Einen bemerkenswerten Handelsanstieg in der Region Na, das wird die Leute in Paris doch sicher freuen Wo ja unser König residiert Wie ich gerade sehe Kardinal stirbt Der Papst stimmt irgendwelchen Bauwerken zu Und Polen haben sie befördert Alter, was ist hier denn mit der Zufriedenheit passiert? Was zum Henker? Ach du Schande Ja, eure Befehle Eure Befehle Mein König Eure Be... Abrücken Nein Eure Befehle Mein König Werde zufriedener Verdammt Wie zufrieden sind sie jetzt? 50 Ja, ganz toll Freude schöner Götterfunken Da sind erstmal neue Truppen von Nöten Bevor wir die alten weiter Aufrüsten Drei Eieieiei Was ein Schmarrn hier Was ein Schmarrn Heute gehen wir nicht weiter Mein König Da ist auch noch keiner von diesen Knalltüten in der Lage Philipp von Bedford zu besuchen Wird mir jeder recht geben Hm Eure Befehle Attackieren den Feind Dafür Ach wisst ihr was? Den lassen wir rauskommen Den lassen wir rauskommen In Venice ist ein Priester gestorben Da wird sofort ein neuer rekrutiert Ein Priester in Paris ist gestorben Da wird auch sofort ein neuer rekrutiert Ist immer ganz gut Wenn man in jeder Stadt einen Priester hat Den kenne ich nicht mal Wird mich auch nicht geschätzt fühlen Der steht ja nur In Kainavon Oh, das ist eine Stadt Das heißt, da kann auch einer Kostenlos wohnen sozusagen Oh, hier wurde überall fleißig Rekrutiert Bist du doof? Weil dieser Hauptmann Diago Der holt sich hier eine Klatsche nach der nächsten Aber irgendwie lernt er nichts draus Das ist echt crazy Aber der kriegt einfach nicht genug So, in London ist eine Kathedrale fertig Das ist doch schön Müssen wir mal in unseren Stammstädten Wieder ein bisschen mehr Handelsgebäude bauen Ach, die Armee in Nottingham ist schon ziemlich traumhaft Muss man mal ganz klar so feststellen Da haben wir jetzt noch drei Einheiten Schwere Hippenträger und eine Einheit von den Gefolge Langbogenschützen Defensive 15 Nicht übel Sind wahrscheinlich auch nicht umsonst im Gefolge des Königs So, schwerer Rüstungsschmied Auch mal in Nottingham In Paris Gibt es jetzt seit kurzem eine riesige Steinmauer Auch hier sollten wir wieder ein bisschen mehr Den Handel antreiben Das machen wir mit Hilfe eines Händlerviertels In Rennes Da ist die Zufriedenheit nicht groß genug Um nur auf Handel zu gehen Können wir mal eine Herberge bauen Pamplona sind die obligatorischen Kanonentürmelfärtig Da bauen wir Minen, um den Handel zu verbessern Und in Leon ist die große Steinmauer repariert Das freut doch Herz und Seele, oder? Also bei mir ist das so So Dann ziehen wir hier jetzt nach und nach die Armee ab Jetzt sitzen dafür praktisch die heimische ein So, erstmal geht es da darum Möglichst viele reinzukriegen So Geht hier schon mal raus Das juckt die Zufriedenheit nicht wirklich ihr Okay, einer muss wieder zurück Und das machen wir dann so lange Bis wir hier wieder die volle Armee haben Und gehen dann Richtung Der neuen spanischen Hauptstadt Und machen hier dann damit Den Spaniern Nach und nach ein Ende Ja Sagen Bologna wird sich schon irgendwie wieder einrenken Mann, was glauben die alle an den Ketzer? Ich hab da drei bedammte Priester drin stehen Drei Das ist echt nicht leicht Dann steht hier auch noch diese Schlacht, dieser Idiot Völlig unrealistisch Jetzt ist da auch noch Englischer Priester gestorben Geil Hier Schaffen sie es nicht richtig gegen diesen Ketzer da richtig vorzugehen Ja, komm Mach hinne Ach, sehr gut In Genua können wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld scheffeln Oh, hier sehen wir Wie sich Dänen und Russen beharken In Mailand ist die Stimmung wieder schlecht Mann, Mann, Mann Diese Norditalien-Sache Die hatte ja wirklich super angefangen Aber mittlerweile Ist das hier alles nicht mehr so richtig stabil Komm, vergiss es Nikolas, der Kreuzfahrer Will dich nicht Die reisen wieder ab Die Dänen greifen hier Das Heilige Römische Reich an Was sie bald Ja, doch schon zur Vernichtung gebracht haben Im Moment Krächzen sie da noch am Rande der Vernichtung rum Hier gibt es Kaufmannsbetrieb Hauen sich alle gegenseitig aus ihren Jobs raus So, für die Papststaten hoffe ich, dass wir uns mal langsam ein gutes Angebot machen Was wir nicht ablehnen können Scheinen sie bisher nicht so richtig Interesse dran zu haben Die Inquisitoren gehen nach Dänemark Da können sie von mir aus auch gerne bleiben Wird mir interessieren, wie es bei den Mongolen so läuft Nicht, dass sie schon vor der Haustür stehen und wir merken nichts davon Der macht jetzt in Venedig weiter schlechte Stimmung Ich hasse diesen Ketzer Ich meine, die Lage ist ja sowieso schon angespannt Das ist Anthony von Doncaster Oh, wir haben nicht mal eine Abtei Kein Wunder, dass die Alle so schlecht sind toll und jetzt auch noch die Kirche beschädigt Bestimmt stolz auf sich, der Unruhestifter Für eine Runde müssen wir die dann erstmal drin lassen In Genua geht derweil die Fortbildung weiter Man, man, man Diese ganzen Diese ganzen Typen hier sind echt nicht besonders günstig Ach, wie gesagt, der soll ruhig kommen Sechs Runden noch bis zur Kapitulation Wie wird es denn diese Runde aussehen mit dem Geld? Okay, da kommen wieder 20.000 in die Kasse Da bin ich ziemlich erleichtert In Brügge ist die Herberge fertig Da ist die Laune auch entsprechend gut Das ist sehr, sehr gut Dann können wir hier erstmal wieder auf Handel gehen Erstmal das Lagerhaus Dann die Und Dijon Hat hier jetzt auch eine Kanonenmacherei Ah, die Orgelkanone, die ist natürlich der Hammer Damit kann man mal die Gegner richtig schön wegzimmern Und mit einem Mörser kann man auch in In gegnerische Städte reinzimmern Also über die Mauern hinweg Das ist auch sehr, sehr schön So, jetzt frage ich mich aber schon mal Will ich hier vielleicht mal die Agentenschriftrolle Der ist in Allenborough Ach ja, ne, die sind alle auch nicht gut genug Der ist auch in Allenborough Schade, schade, schade Mann, alle guten Priester Hängen irgendwie auf der englischen Halbinsel rum Bis auf den hier aus Die hier, Robert Griffin Komm, schnapp dir doch mal hier die Knalltüte 46%, das schaffst du Ich glaube an dich Weil irgendwer muss sich mal mit dem da auseinandersetzen Der Kerl ist schon 37 Werde ich es tun So einen neuen So einen neuen Kerl da herzustellen Ist auch jetzt nicht gerade tödlich Oh, in Bologna geht die Stimmung wieder einigermaßen In Mailand ist er dafür schlecht Wieso, was ist hier das Problem? Aufruhr Diese Italiener Ne Da, was hat der da vor? Kannst du ihn mit dem Moment mal aufnehmen Erlassen die Armeen Heilen die Streitkräfte, mein König Und haben sie jetzt die Möglichkeit dazu Ihr Reich zu vergrößern Das sollten sie ja in dieser Äh, das sollten sie auch wirklich wahrnehmen Es läuft ja alles andere als gut Für mich jetzt ist die Zufriedenheit in Bologna wieder schlecht Genau, genau Greif Venedig an Genau, tolles Timing Habe ich im Moment Ob es total schlecht für uns läuft Zu den Mauern Der Feind belagert uns Gerade was das Expansionsvorhaben und so angeht Irgendwie Nö, die Neid Gibt's nicht Das regt mich auf So, die Mauren Was interessiert mich denn die Mauren? Die interessieren mich vielleicht, sobald ich sie in Spanien angegriffen habe Spanien übrigens auch der einzige Ort, an dem wir überhaupt expandieren können Wisst ihr was? Ich habe Lust den Papst zu töten Dann hätte es überall Äh, wenn irgendwo rote Stimmung Dann wären überall nur blaue Das wäre doch mal schön Hm Das ist eine traumhafte Traumhafte Vorstellung Papststaaten Wollen die jetzt vielleicht mal langsam schauen, ob sie sich hier vielleicht befreien wollen? Nee Wollen sie immer noch nicht Ach, so ein Idiot Unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit walten Ja, mein König Attackieren den Feind, edler Herr Diese Knalltüte wird jetzt nochmal verprügelt Und dann beende ich diese traurige, traurige Jubiläumsfolge Ach Mensch Das hätte doch auch triumphaler gehen können Okay, da sind's die Feinde Schlachtstaaten Zack, 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 zack Ich kann gar nicht richtig sagen, wie egal mir das ist, ob sie meine Tore zerstören Genua Armbrustschützen werden schon schön bombardiert Und abgeschossen Ist doch schön Ist doch der Traum eines jeden Generals Genua Armbrustschützen, die sich doof anstellen Oh, 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 oh Ski top Ihr bleibt alle, wo ihr seid Ihr geht vor bis genau hier Und weiter geht's War für den General jetzt doch nicht mehr so überzeugend, die ganze Idee hier Aber ja, ein bisschen weiter vorrücken Also dieser Sofortberechnungsgeneral muss ja echt einiges falsch gemacht haben So, die Sache mit dem Angriff scheint sich auch anders überlegt zu haben Zehen sich zurück Drei Mann haben sie, glaube ich, verloren Unsere Männer werden angegriffen Wir müssen etwas unternehmen So Plänkeln ist für Pussis Ich sag's euch Bucht, nee Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus Okay Jetzt krieg ich grad Meldung Die Schlacht sieht sehr gut für uns aus Es freut einen doch zu hören Ach jetzt doch Oh, nirgends soll's recht sein So 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 Hier ein bisschen mehr Ordnung in die Schlacht gebracht Gefällt mir eigentlich ganz gut Gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn sie hier ständig beim Hit-and-Run versagen Finde ich eigentlich schon ganz cool so So Ach ja, eigentlich ist der General schon weg Gian Rossi Weitermachen Zerschmettern wir Gian Rossi Okay, Gian Rossi vielleicht eher So, der fliegt Mal gucken, ob wir noch welche weg mitfüllen können Sieht gut aus So Auch das wär erledigt Wir haben wieder bei der Hit-and-Run gefailt Wir haben wieder bei der Hit-and-Run gefailt So So Ihr bleibt genau wo ihr seid So Ihr bleibt genau wo ihr seid Und Down Und Mal gucken Unser General ist tot, hoffentlich gibt das keine Massenpanik, denn die wäre zum aktuellen Zeitpunkt absolut unangebracht, denn wir sind kurz davor, diese Schlacht für uns zu entscheiden. So, wieder in Schlachtordnung und dann wie gewohnt die Bogenschützen möglichst viel der Arbeit machen lassen. Nein, nicht den, der da. So, da ist der letzte Genua-Armbustschütze, der ist auch gleich weg. So, der fändliche General ist jetzt erschossen und flieht und diese Schlacht praktisch gewonnen ist. Auch die restliche Leibwache des Generals wurde noch erschossen. Genauso wurde die Lanzenreiter, der abgesessene Lanzenreiter Tross besiegt und die Katapultsmänner auch. Die werden wir jetzt auch noch möglichst töten, gefangen nehmen natürlich. Mal schauen, ob das noch klappt. Ja, sieht nicht so aus, können sie es schaffen zu fliehen. Jo, die fliehen. Klar, sie sind neun Männer übrig, damit sollte sich die Armee eigentlich auch zerstreuen. Und liebe Freunde, mit diesem Erfolg, der jetzt doch endlich kam, verabschiede ich mich aus dieser Aufnahme von Let's Play Medieval 2 Total War. Was wir mit denen machen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.